Habt ihr einen Burgwächter CQ-Entry, egal welcher Marke, und auf einmal bleibt bei der Code-Eingabe das Gerät stehen und ihr könnt nur noch durch Start und Stop, also durch die Haupttaste, da wieder rauskommen, dann gibt es eine Lösung für das Ganze. Es gibt nämlich keinen Reset oder sonst was, sondern die einzige Lösung ist tatsächlich, die Batterien rauszunehmen und wieder reinzusetzen. Danach funktioniert das. Ich habe dieses Gerät seit ungefähr einem Jahr. Das ist das CQ-Entry Easy und in dem Zeitraum ist es zweimal passiert. Einmal tatsächlich in einem Live-Betrieb und ein zweites Mal, während ich die Firmware geupdatet habe. Und das äußert sich tatsächlich so, dass das Gerät einfach bei der Eingabe hängt. Also es gibt da irgendwie ein Problem, dass das Gerät den Code nicht überprüfen kann. Und ich habe dann gesucht, ob es irgendwie was auf Werkseinstellungen oder sonst was gibt. Aber tatsächlich hilft nur, kurz die Batterie rausnehmen, ein paar Sekunden wieder reinsetzen. Eure Daten sind alle noch weiterhin vorhanden und das Problem hat sich gelöst. Und wie gesagt, ich hatte das zweimal. Es gibt übrigens einen Schraubenzieher, der mitgeliefert worden ist. Also generell alle Sachen, die ihr beim Burgwächter mitbekommt, solltet ihr auch aufbehalten. Das ist eine sehr sinnvolle Kiste. Und wie gesagt, also es ist zweimal passiert jetzt in einer halben eines Jahres. Es ist aber auch so, beim ersten Mal habe ich die Batterien nicht rausgenommen und das Gerät einfach für eine längere Zeit nicht benutzt. Sagen wir mal, also einige Stunden. Tatsächlich ist es natürlich dann ein bisschen doof, wenn ihr irgendwo rein müsst. Ich hatte jetzt noch einen anderen Zugangsweg. Aber das hat sich tatsächlich, ich schätze, dass das Gerät sich nach einer gewissen Zeit auch komplett ausschaltet. und deswegen wahrscheinlich auch hier und da mal einen Ticken länger zum Reboot braucht. Aber ja, die einfachste Lösung ist, mit dem gelieferten Schraubenzieher die zwei Schrauben lösen, Klappe abziehen, ihr müsst das Gerät noch nicht mal abstecken von der Wand. Und ja, Kurzbatterie raus, wieder Batterie rein, alle eure Daten sind erhalten geblieben und es ist überhaupt kein Problem. So, das soll es gewesen sein. Wenn ihr wissen wollt, wie die Firmware geupdatet wird, seht auch unten in der Videobeschreibung oder jetzt auf der Endcard nach. Und ja, ich habe ansonsten noch ein paar spaßige Videos auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!